Robert Oppenheimer und Leo Szilard und Heller, sie bedrängen Einstein, dass er an Roosevelt schreibt, wir müssen die Bombe bauen, um Hitler zuvor zu kommen. Do you know what this fact of uranium fission means? This means an atomic explosion. 9, 8, 7. From that moment onwards, I felt that the whole thing was wrong. 6, 5, 4, 3, 2, 1. With nuclear weapons we have learned that we can in a single act do something to destroy the whole of the human race. Alle haben die gefeiert, meine Kollegen und Heller auch. Und ich sagte, warum feiert ihr das? Das ist unsere Bombe. Ich habe ihnen einmal sofort die Frage gestellt, Dr. Heller, warum bauen sie überhaupt Bomben? Dann sagte mir Hans-Peter, sagt er, sehen Sie, wenn der Beste gleichzeitig auch der Militärstärkste ist und in Zukunft es so einrichten kann, dass er doppelt so stark bleibt wie der Rest der Welt, dann haben wir die Voraussetzung eines Friedens für immer. Das ist die Voraussetzung des Wunderschweinen. Das ist die Voraussetzung des Wunderschweinen. Die Voraussetzung des Wunderschweinen nun ist eine Vergewissenswürze. Das ist die Voraussetzung des Wunderschweinen.